Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Herausforderung vom Cone Battle Pass. Und zwar habe ich hier die Herausforderung Schwarz Lotus sammeln. Eine seltene Herausforderung für 70 EP. Zwei Stück braucht ihr nur. Ich befinde mich beispielsweise gerade hier beim Heiligtum der Schlange. Und zwar ist das ganz im Westen von der Insel. Hier müsst ihr allerdings sehr, sehr aufpassen, weil hier sind die Ruinen von Schottel oder so. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und hier haben wir erst schon mal den ersten Schwarz Lotus. Und wenn man mal hier so guckt, hier ist einmal das Gewölbe. Aber hier draußen sind auch Skelette beispielsweise. Hier sind sehr viele Krokodile drumherum, wobei die jetzt nicht so stark sind. Die Skelette weiß ich jetzt nicht genau, aber ich denke mal, dass das die normalen Skelette sind. Ja, und jetzt hier, wenn ihr jetzt so ein bisschen drumherum lauft, hier ist zum Beispiel schon der zweite, dann hättet ihr das Ganze bereits abgeschlossen. Hier sind generell, glaube ich, immer mal wieder, wenn man so die Runde läuft, genau, hier vorne gibt es zum Beispiel auch nochmal zwei Büsche. Das nur so zur Information. Ja, wenn euch das Ganze weitergeholfen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und schaut euch auch gerne die anderen Battle Pass Videos an. Bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.